In diesem Versuch lernen Sie die Grundlagen der Rotation starrer, das heißt nicht verformbarer Körper kennen. Die Rotation starrer Körper und die dabei verwendeten Trägheitsmomente beschreiben nicht nur die Vorgänge bei der Rotation eines Spielzeugkreises oder Gyroskopstabilisators von Schiffen, sondern auch die Rotation von Atomen und Molekülen, der Erde oder des Arms im Schultergelenk. Zur Messung des Trägheitsmomentes von verschiedenen Körpern steht ein Aufbau mit einer Spiralfeder zur Verfügung. Zunächst muss deren Richtmoment bestimmt werden. Dazu wird der Halter so eingespannt, dass die Drehachse horizontal liegt. Eine Scheibe wird aufgesteckt, an die eine Schnur befestigt wird. Für verschiedene an die Schnur gehängte Massen von 10 bis 40 Gramm wird der Winkelausschlag im Uhrzeigersinn und entgegengesetzt abgelesen. Außerdem wird der Radius der Scheibe gemessen. Nun nehmen Sie die Scheibe ab, lösen Sie die Montageschraube und ziehen Sie die Halterung der Drehachse aus dem Stativ, um sie anschließend so zu montieren, dass die Drehachse vertikal liegt. Messen Sie nun bei vertikaler Lage der Drehachse für jeden Versuchskörper dreimal die Zeit für jeweils 10 Drehschwingungen. Beim Würfel gibt es zwei verschiedene Drehachsen. Beim Stab werden zwei parallele Achsen gewählt. Eine davon geht durch den Schwerpunkt, die andere liegt weißer außerhalb. Messen Sie abschließend die geometrischen Eigenschaften und Massen der Versuchskörper. In der Auswertung bestimmen Sie zunächst das Richtmoment der Spiralfeder. Anschließend bestimmen Sie die Trägheitsmomente der Körper experimentell. Diese sollen mit den theoretisch erwarteten Werten verglichen werden. Spiralfeder. Untertitelung des ZDF, 2020